Scheiße, Forst. Ich bin zerstört worden. Pure Absicht. Natürlich macht man sowas mit Absicht. Oh nein, David. Wow. Nein, nicht dein Ernst. Nein, nicht mein Ernst. Nicht euer Ernst. Jetzt sagen wir, verschissen, weil wir eine blöde Ball nicht nach hinten rauskriegen. Wer hat dich denn jetzt durch die Gegend gekippt? Einer von denen. Da liegt der Pfönig an das Gewinn. Wenn sie mal führen, dann rupen sie nur. Dafür habe ich auch einen kaputt gemacht. Ja, aber du hast ja nichts gebracht. Und ich hatte dich ausgesehen durch die Gegend geschützt. Ich dachte, du wolltest dich da an den Ball. Ich bin... Echt, das ist bekloppt. Ich freue mich, wie die immer so schnell so hochkommen. Ich komme nicht so schnell hoch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Timing. Das hat ja mit Timing nichts zu tun. Man springt zeitgleich und die anderen kommen irgendwie schneller hoch. Ich würde gerne wissen, wie die das machen. Ehrlich. Die springen ja teilweise gar nicht später. Die springen ja teilweise gleich. Ich glaube, die Übertragung hier kommt auch verzögert bei uns an. Weil ich springe grundsätzlich zu tief unter den Wellen durch oder so eine Scherze. Und bei mir sieht das aus, als würde ich wirklich nur einen Sackhaare und Breite dran vorbeischraben. Ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt, teilweise ist es echt komisch hier. Ah, ist echt schwierig manchmal. Dein Ping ist aber natürlich wieder göttlich. Ich bin mir leid, André. Oh ja, drin ist drin. Lass mein Ping los. Mein Ping. Okay, dann musst du. Aber du hast mich ja noch angebumst. Bin ich in Ordnung. Hier auf Körperkontakt. Einer von euch. Ich weiß, dass du auf Körperkontakt stehst. Deswegen bin ich ja immer an, mein Heck. Ne? Wenn ich wieder vor dem Ball vor das Tor drücke. Ne, hatte ich eigentlich diesmal nicht vor. Olli ist hinter dir, André. Muss er auch dran nicht. Bitte. Wer hat ihn noch abgefahren? Ich habe keinen Boost. Jetzt habe ich wieder ganz knapp Boost. Ja, hol dir Boost. Das ist alles ohne Boost hier. Oh. Oh. Okay, anrechst hinten. Ja, bringt mir aber nichts, weil ich immer daneben fliege. Aber wo bin ich denn jetzt? Weiß ich nicht. Auf der Gegnerseite oder auf unserer? Ich habe die Orientierung verloren. Hast du so einen auf den Deckel gekriegt? Pass auf, der ist direkt dahinter. Oh. Da ist noch einer. Ja. Sind alle drei da auf der Ecke. Passt auf. Irgendeiner, der den reinmachen möchte halt, ne? Ja. Verdammt, warum, David? Ja. Den Olli kaputt. Du, 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 du. Du, 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 du. Nein. Kommt nochmal. Ja, dann mach ihn doch selber rein. Ja, mach ich doch. Da kann ich strafen fürs Kaputt machen. Wenn du sagst, er kommt, dann mach ihn doch selber rein. In the summer, in feel your dreams, mam, 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 da, 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 da. Brumm, brumm, brumm. Brumm, brumm, brumm. Jawohl, machen sie eigentlich. Also ich glaube, heute fühle ich mich mal nutzlos. Ist das in Ordnung? Ja. Ja, darf sie. Gut, danke. Okay, André Fels oder Olli? Beide. Und ich passe hinten auf, dass mir keiner die Eier stiehlt. Na ja, na ja, wir brauchen mehr Eier. Achtung. Boah, ich hab die noch erwischt. Alter, ich hab den erwischt. Die auch. Ja, aber wieso, wie? Ach, das ist doch zum Kotzen. Ich hab den erwischt und... Es ist zum Kotzen, dass er dann immer in unsere Richtung abprallt, ne? Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie das immer passiert. Ich fahr. Was zum Kotzen ist das? Nicht immer so schnell fahren. Nee, ich hab nur gehört, dass man hätten irgendwie einen angedüßt. Das war aber einer von den Gegnern. Ja, der hat ihn ja auch noch wieder da vorne gespielt, ne? Lauf! Nachlässig. Irgendwann noch. Pass auf. Ja. Wett rausgefahren. Nein, den hat er wirklich noch rausgeholt. Ich glaub's nicht. Aber wenn umdreht... Ich immer rückwärts, der da so rumkuscheln da mit seinem Schmuddelkurs. Lass doch mit Schmuddelkurs kurz Schmuddel sein. Das erfährt er ganz gemütlich. Ja, ich werde dich kein Booster, was soll ich dir machen? Ja, ich kratz hier wieder an der untersten Boost-Nabel hier. Ich auch. Jawohl, Oli. Jawohl, nein, Oli. Nein. David. Nein, Oli. Deswegen ist er ja nicht drin gewesen. Ja, ich weiß. Heute bin ich echt nicht zu gebrauchen, was Tore angeht. Alter, guck dir das schon mal an. Drei Torschüsse hab ich jetzt schon. David, 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 schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir den Ball blocken können. Aber die machen immer nur den Rand, anders können die das nicht. Jawohl, der fliegt genau aufs Tor. Die haben mich geblockt, sonst wäre ich da noch hinterher gekommen. Alter, vier Torschüsse und nicht eine. Doch, einer ist reingegangen. Sehr schön. Wow. Das war das Schwere, die Bedeutung. Boah. Gut, jetzt verantwortet. Von vier Torschüsse und nur einer reingegangen. Was ist das zum Mäuse melken? Dann wieder. Wow. Wieso bin ich jetzt wertvollster Spieler? Ich hab doch nichts gemacht. Ja, die Paraden. Ja, zwei, ja. Die vier Schüsse. Das ist so unglaublich. Das ist tatsächlich. Alter, das ist unglaublich. Da war es so vier Torschüsse und die gingen nicht rein, weil der immer... Oli hat ohne Torschüsse ein Tor gemacht. Ja, das sind immer diese Eintore. Äh, ja, genau. Dein Tor. Äh, Oli macht nächstes Mal fünf Tore ohne eins geschossen zu haben. Oh, ohne einen Torschuss. Da brauche ich einen dickeren Download wegen dem höheren Peng. Zufahren. Ja, ich fahre. Oh, oh, er fliegt aber gleich aufs Tor. Hihihi, ich hab ein Spieler aufgelenkt. Hihihi, ich hab ihn angeschubst. Hihihi, ich hab voll einen Stups gegeben anbringen. Kannst du dir das vorstellen? Ich hab voll gesagt, Stups. Oh, der verarscht dich. Oh, nicht mit mir, Alter. Da kommt ein anderer, der verarscht uns. Nein! Och, nö, wie ist das denn jetzt passiert? Der hat gepasst. Guck mal, da hab ich ihn noch. Da kommt er. Und da kommt er wieder. Okay, das ist eine Niederlage. Immer wenn wir zurückliegen, wisst ihr ja, was bist du. Lass das nicht. Ui. Nein, der ging nur hoch. Der ist drin. Ich weiß, ich krieg dir nicht weg. Boah, haben wir so Glück, dass sie selbst daneben geschossen haben. Ach, das gibt's doch nicht. Dankeschön. Och, bitteschön. Habt ihr mir wunderbar dahingelegt. Ich weiß. Ich so, hm, was machen die jetzt da? Okay, der liegt da. Ich hab mir das schon irgendwie... Ich hab mir gedacht, ich dreh ab, bevor er wieder abprallt. Ja, aber ich hab mir irgendwie gedacht, von irgendeiner wird schon hinten. Von irgendeinem Rant von... Weit von hinten wird er schon kommen. Wow, ich bin kaputt gemacht. Wow. Wow, voll mit Absicht. Ich hab mir volle Absicht gemacht. Weißte. Nein, Oli, nein, 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 David, ja, David, nein, David, nein, David, nein, der geht Richtung Tor... Oh, der ist drin. Ja, warum der auch wieder Richtung... Ach, der ist euer Ernst, ey. Wie machen wir das? Na, guckt doch mal an, der ist da wieder abgeprallt von denen. So, mit so Bande hin, wieder zurück zur Mitte. Ich frag mich, wie die das immer schaffen. Bei uns klappt sowas immer nicht. Bei uns fließt er wieder sonst wohin. Kannst du noch was sagen, das sind alles Cheater. So, jetzt hab ich's gesagt. Ja, jetzt wieder. Der stand auf dem Boden, plötzlich war er noch weiter in der Luft an sich. Ja, ich sag doch, irgendwie sind die da alle fixer hoch als hier. Ich hab keine Ahnung, wie sie das machen. Ja, dann macht das halt so. Oh. So. Ah, David, ah, es ist zu spät. Nicht verarschen von dem. Ich hab keinen Boost. Ich hab keinen Boost, deswegen konnte ich nicht fliegen oder sonst irgendwas. Ich hab immer noch keinen Boost. Und immer noch keinen Boost. Wieso kommt da kein Boost, verdammt? Ich weiß, das sind doch auch nicht. Oh. Das gibt's doch nicht. Wo war da jetzt schon wieder einer? Ich hab keinen Boost gehabt, hab ich dir doch gesagt. Immer wenn ich einen holen wollte, hat mir den einer geholt. Ja. Ich dachte, du bist hinten. Äh, hallo? Hast du gesehen, dass ich vorne den Ball da vorne rausgespielt hatte? Ah. Ja, das müssen wir wieder ausgleichen. Wir dürfen nicht zwei Tore zurückfallen. Und wieder kein Boost für mich. Ah, scheiben, Dreck. Hast du ihn wieder Richtung eigenes Tor geschossen? Nein, hab ich's nicht. Ich bin nur daneben geflogen. Ja, das war's. Doch, du hast ihn nach hinten geschubst. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich von mir aus leider so aus, als wenn ich da unterweg geflogen bin. Ja, bist aber nicht. Du hast ihn getroffen. Er ist vorbei, du sagst. Ey, wie kommt der da immer noch ran, der Pisser? Ist doch zum Mäusemelken. Jawohl, aber schön Eigentor. Ist mal schön geradeaus jetzt. Hätte auf jeden Fall gepasst. Ja. Ja, ja, der gepasst hätte er ja. Du. Direkt ausgleichen. Ja, danke. Bitte, bitte. Ich wollte einen Head-Trick machen. Ja, ich hab den Torschuss doch bekommen. Alles cool. Vielleicht wärst du aber noch daneben gesprungen. Weißt du, was das Schlimme ist daran, André? Hä? Ich bin immer noch über dir. Ja, ich weiß, aber macht doch nichts. Ach gut. Verstehe die Punktverteilung hier sowieso nicht. Ich hab mich eben gerade abgeblockt. Oh nein, ist doch ein... Leute. Ja, tut mir leid. Ich wollte gerade helfen. Der eine kam da von der Seite und hat mich nochmal weggekriegt. Da muss ich mich erstmal wieder sammeln. Oh, guck mal, sowas kriegt an, krieg ich nie hin, wie der. Mit dem Heck da rückwärtsfallrückstier und... Kein Boost. Ich hab auch keinen Boost mehr. Wieder alles verbraucht jetzt. Ich hab auch keinen Boost. Die sind da, ist auf. Sehr gut. Die hat mir schon wieder den Boost geklaut. Ja, weil man keinen Boost... Das Leben ist verdammt schwer in diesem Spiel, wenn man keinen Boost hat. Die brauchen die eigentlich nur die ganze Zeit, den Boost zu klauen. Dann machen wir dir das Leben zur Hölle. Nein! Keinen Boost gehabt. Er ist leer gegangen im letzten Augenblick. Und die nur aufhalten. Kommt schnell, ausgleichen, ausgleichen. Ey, die machen mich nur noch kaputt. Ja, natürlich machen die jetzt nur noch kaputt. Weil die kurz vom Gewinn sind. Die wollen das jetzt nur noch runterspielen und uns bloß nicht lang wegkommen lassen. Geweih bekommen. Du hast ein Geweih bekommen. Und die haben noch nie mal Ränge, ey. Ja, das war aber keine Ahnung was. War aber ein bisschen besser. Man muss dann einfach sagen. Man ist besser. Man ist einfach unkonzentriert. Nein, der eine war schon besser. Der hat das schon ein bisschen besser hingekriegt. Aber nur der eine, dieser Wand-Troll, scheiße, ist mich tot. Irgendwann wieder einer von einem Profi hoch? Wahrscheinlich. Ist das nicht wahr? Ich habe gewartet, da kam keiner. Okay, dann mache ich es ganz gemütlich. Wow. Ich denke, ich gehe auf den Berufs- und ich mache hier und dann so ein Boom. Voll. Beim Bus. Das ist noch nie da. Oh Scheiben. Was mache ich denn jetzt hier für Späßchen? Rückt das doch. Olli nach vorne. Bitte, 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 bitte. Olli, 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 Olli. Ah, ganz knapp. Aber besser geht schon gar nicht mehr. Ja, ist klar. Wobei, ich bin vorne, ich komme nicht auf die Räder. Wow. Olli hat ihn rausgeholt. Alles cool. Mich haben die ja noch weggekickt. Vor grad zu fahren, da kam der eine und dann auch, boom, nö, kommt so nicht rein. Nein, Olli. Nein. Kommt da, kommt da. Oh Mann. Ob der verarscht dich? Nein. Jawohl, der passt. Nein. So hoch. Nein, der ging drüber. Scheiße. Scheiße. Ich bin spät. Toast, die HD. Hallo, Toast, die HD. Hallo, hallo, hallo. Scheiße, wir kriegen wieder den Arsch voll. Wir schießen da immer nur drüber. Nie rein. Weißt du? Ja. Aber wenn sie wollen, bleiben sie doch ein bisschen. Raufen sie oder scheißen sie in den Busch. Ah, er hat es mir erlaubt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt gerade uns schön unterstützt, aber schon mal vielen Dank dafür. Danke, 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 danke. Oh, boah, nein. Oh, boah, nein. Wieso? Nein, ist wieder keiner hinten. Nein, doch, Olli, aber. Boah, ey, das ist doch da. Hammer. Sehr schön. Kein Boost. Null Boost. Die hängen immer noch bei uns. Wir haben ja nichts mit Tauschen. Wir haben ja nichts. Uns interessiert diese Tauschgeschichte gar nicht so wirklich. Mein Gott. Walter. Jetzt machen wir auch mal da was. Ordentliches. Nein. Wir haben die noch weggeholt. Ich glaube es nicht. Ich drehe durch. Der ging so schön aufs Tor. Das hätte ein Tor sein müssen. Der war so schön gespielt von dir, André. Boah, ist das ein Witz, Alter. Ich weiß noch nicht mal, was Dracos sind. Was? Verdammt, jetzt geht der zu hoch, weißt du? Ja, ich... Das ist Bescheid. David, du bist unser letzter Schock Nein, David, warum? Konzentrier dich nicht immer auf dem Chat da Sondern, guck Das war doch nichts schweres, das war gar nichts Ich weiß, ich weiß Ich bin so einer Scheiße wieder Dann regen wir uns wieder auf Weil wir dann verlieren bei einer Scheiß mal Ich weiß, ich weiß Heute bin ich der, der Scheiße macht Wird das auch gar nicht Jetzt sind wir doch einfach rein, was jammerst du denn rum? Ja, aber das hätte ja nicht sein müssen Nein, wir haben nichts mit Feuer und Drachenkopf Nein, die Braut haben wir nicht Kommt wahrscheinlich eh nur aus Kisten und die machen wir gar nicht auf Ich fahr Ich muss ja mal langsam hier Jetzt mal beweisen, dass ich dann doch ein bisschen zu Rocket League Fähig bin heute Das war deine Idee, dein Spiel, weißt du Da musst du auch mal zeigen, was du kannst Ich weiß, ich weiß nicht warum Ich hab schon die ganze Zeit Da jetzt wieder keiner Ist euer Ernst, der war leer vorm Tor und da ist wieder null Ja, ich war hinten und hatte kein Buß wieder vor dem tor nein die haben sie noch ausgeholt ich war da diesmal der ist wieder sehr gut passt auf und dann ist ja keiner vorne wenn der ball da rumkullert egal wer das ist ja dann noch traurig wenn wir gegen einen einzigen verlieren kein boost er hat mich weggedrängt ich hab auch kein boost dann kommt doch an da das gibt es doch nicht und er muss rein da der muss rein an da nicht so lange ich habe kein boost hast du mir zu ich habe kein boost ich kann und der ist vor mir dran definitiv ohne boost ist der vor mir dran das garantiere ich dir und da brauchst ja ich weiß dass sie keinen bus brauche aber der ist dann trotzdem noch schneller was sie immer eine sekunde vor uns ob geschossen ich bin tot habt ihr geschafft nein ich stauben war da zu viel rocket die gespielen rocket league ist ein spiel irgendwann mache ich bald auch ne ich mich auch will das hat so ein killerspiel genau warum kriegen wir den nicht raus das sind diese sachen die ich meine du triffst ihn eigentlich du denkst du triffst ihn hundertprozentig aber dann tippelt er nur ganz leicht hoch wenn wir so antippen wie wir die umdrecken und er war direkt hinter dir zum mäuse mägen alles ist doch eines ist lächerlich inzwischen alles nur noch lächerlich zum mäusehen